Oh Junge, ich hasse es, wenn das passiert. Aber gut, was soll's. Hallo Leute, hier ist Graf Darko, ich begrüße euch. Eigentlich wollte ich gestern schon ein Video machen, aber es gab Probleme mit meinem Bildschirm leider. Der ist nicht mehr angesprungen. Ich bin da deswegen ein bisschen angepisst gewesen und so und ihr wisst. Aber es ist halt jetzt egal, ich habe eine Lösung gefunden. Ich wollte heute abends streamen um 19 Uhr. Und ich hab mir halt einen Bildschirm geliehen von meinem Schwiegerbruder, der konnte seinen bären. Und hab mir halt derzeit seinen geliehen und bin ich auch sehr dankbar für. Aber das hab mich sehr aufgeregt, das sag ich euch. Aber auf der anderen Seite dieser Bildschirm, dieser, was ist, ein Acer. Ja, der hat, ich glaube, seit ich 13 bin, war der bereits in meinem Besitz. Und über 10 Jahre, 15 Jahre circa, hat der mir treu gedient, sag ich mal. Und jetzt ist er abgedient und ist halt so wie es ist. Und in diesem Sinne, naja, heute 19 Uhr würde ich meinen ersten Speedrun-Livestream machen. Ich versuche wirklich so gut zu sein wie wirklich. Ich versuche mich nicht zu blamieren, was wahrscheinlich passieren wird, weil ich mich kenne. Und in diesem Sinne, viel Spaß heute Abend. Ich hoffe, ihr seid alle da. Und seht es als Ostern-Livestream an, whatever. Könnt ihr machen wie ihr wollt. Und ich bin Graf Dago. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!